Ich schaue doch nicht. Ich habe mir einiges vorgenommen. Hi, Max. Ja, Nick. So, Wolfgang zeigt sich hier gerade von der schönsten Seite. Du hast dich warm gemacht. Willst du uns einen kleinen Trick zeigen? Ja, ich habe jetzt noch nichts vorbereitet. Komm, Freestyle. ATV. Stark. Machst du den direkt. Aber dafür spiele ich auch nicht in der Bundesliga. Jetzt kommen wir zur richtigen Challenge. Tor zu Tor. Ich würde sagen, zwei Barkontakte. Wer als erstes Fünf-Tore hat, gewinnt. Und mit Hand natürlich, weil das große Tor ist. Gutes Spiel. Ich habe mir einiges vorgenommen. Ich war auch ein bisschen nervös vorher. Trainiert. Das reicht, das reicht. Muss nicht immer schön aussehen. Aber auch mal im echten Spiel wäre gut. Puh! Aber hast du die Ecke geahnt, ne? Ja. War klar. Sieht gut aus bisher. Ah! Versuch doch mal in die Ecken rein. Ah! Als Torwart wird das nichts mehr. Torwart werde ich nicht mehr in dem Leben. Ich habe geübt den ganzen Tag. Oh! Der war schön. Da freue ich mich gar nicht. Findest du, der Begriff Allzweckwaffe passt gut zu dir? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hat natürlich Vorteile, dass ich variabel bin und mehrere Positionen bekleiden kann im Fußball. Es hört sich aber auch ein bisschen negativ an, dass man ja wirklich keine richtige Stärke hat. Deswegen höre ich das nicht so gerne. Das kann. Dann machen wir jetzt weiter. Ja, ich muss aufholen. Komm. Viel Glück. Ja, ja, danke. Gibt's noch nicht. Der Druck. Von der Kulisse hier. Ja. Der war gut. Eigentlich kann man auch nichts machen. Ja. Aber die kommen bei dir halt die ganze Zeit so. Der war wichtig fürs Selbstwertraum. Der war noch dran. Ja. Der war noch dran. Ja. Der kann man halten. Los, der war noch dran. Klappt alles heute. Ey. Man klatscht schon ab, oder? Nein. Nein, das macht dir nichts aus, das blühte Spiel. Ja, das war jetzt recht eindeutig. Mal gucken, ob du bei der Kickbox genauso viel triffst. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ja, klar. Nee, der war nix. Ist er noch nicht? Das ist er. Ich habe ihn drin gesehen. Ja, nicht. Ärgerlich. Der ist für Paul. Weil er meinte, ich treffe keinen. Stark. Wir haben noch zum Glück ein Rematch an der Konsole. Das ist für mich. Da muss ich auf jeden Fall besser sein. Ihr könnt jetzt noch den Instagram- und den YouTube-Kanal von Kickbox abonnieren. Und natürlich auch mir auf Instagram folgen. Genau. Und da seht ihr dann auch unser Rematch. Also, bis dann. Wir sehen uns. Bis dann. Bis gleich.